Hallo und Willkommen, mein Name ist SandiRollP. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zu Yoshi's Woolly World. Woolly World! Trademark. Trademark. Nehmen dem Yoshi. Genau. Naja, wir heißen euch willkommen zu Yoshi's Woolly World, dem Vorreiter für Yoshi's Crafted World, der in zwei Monaten erscheinen wird. Kleiner Spoiler. Schreibt euch das dann, passt gut auf. Ich meine, am 28. März dürfte es rauskommen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Das werden wir natürlich auch noch spielen, aber vorher dieses wunderbare Spiel. Danero hat es nie gespielt. Ich habe es lange Zeit ein einziges Mal durchgespielt, aber ich weiß einfach ehrlich gesagt nichts mehr. Also, man könnte es sagen, es ist blind für uns beide. Ja, gut. Und wir hoffen, dass es auch so zwei Player mäßig geht, so wie wir uns da vorgestellt haben. Ja. Also, drücken wir mal. Drücken wir mal. Drücken wir mal. Wähle mal ein neues Spiel. Klassisch oder entspannt? Ne. Klassisch. Ich wollte natürlich klassisch spielen wissen. Und wir können den Modell, wo wir hier sind. Ah, siehst du? Wer will 1 und 2? Du bist 1 und 2. Oh Gott. Steuern. Hast du? Ich rufe Technik. Lass einfach so. Das ist einfach. Aber jetzt essen, haben wir das Problem vom Abgaben. Gehen wir zwei. Ja. Und das lesen. Wir kommen auf den Woller Toll. Eine kleine Insel. In einer kleinen Insel mitten des Bastelmeers. Oh. Oh. Hier leben die Joschis glücklich und in Frieden. Oh. Doch eines Tages. Oh. Oh. judo. Das aufdröseln. Danke Vorher. Verständnis. Wie Pillen. Du? Das ist Volle. So dauert das ja ewig. Kommt schon. Jetzt Alle auf einmal. Nein! joshy nein aber auch nicht wo es man auf die zukunft das müsste rechnen ich mache mich mal wieder auf den weg bis dann grün und rot ich habe die mit euch so was von satz in stadt war es ja oder die wolle fallen lassen jetzt glaube ich noch nicht was machen wir jetzt doch ein abflug verliert habe ich etwas wolle joshies halten eine lagebesprechung ab was sollen wir tun wir hätten wir ja wir hätten wir retten wir was wir hätten wir die anderen wir wissen die wolle zurückholen das sollte voll drauf schnell starten wir uns die salung den starten wird so beginnt ein neues aufregendes abenteuer für die joshies wenn sie ihre freunde retten können viel glück eher schießt die schnappen wir uns aber kann unsere weile wir können uns beide bewegen nicht so wie in supermache 3d wo ich bin rot ist grün ich bin frei noch bin ich und wir sind grün und rot da passt doch eigentlich ja am lieben pavillon ja ich habe leider kann ich auch hier auch wollen wir sehen uns pavillon deswegen uns alle später ansehen aber erst mal wie heft 1 1 1 1 wollen joshies verstrickungen also es gibt hier ja etwas was wir machen müssen wir müssen fünf blumen finden 20 stempel müssen finden und 20 herzen haben und am besten auch noch 5 volt bekommen dann bekommen wir nämlich einen neuen joshies dazu also einfach alles damit war alles damit bekriegen können wäre eine gute idee dann würde ich mal sagen ab ins getümmel die schnappen wir uns ja es ist echt her dass ich dieses spiel gespielt habe es ist lange her war für mich du hast es das erste beispiel sei durch ich habe mich in leipzig verwandelt ich habe dich nicht ich habe mich in ein wolken verwandelt ja 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 da werden wir oft hören ja ich kann ich nicht loswerden mit ex du kannst du mich werfen also wollen wir haben noch noch mal extra doch in diesem da weg und sogar hoch verdammt du kannst aber er kann nicht abbrechen kürzer zu fliegen ich habe wurde gesammelt ich mache herzen ich glaube ich habe ja ich glaube ich habe ja ich glaube ich habe ja gerade schon das will ich sehe schon wieder das wird ein heilloses durcheinander aber so kennt man uns ja ich habe eine bälle klauen das ding war was glaube ich weil ich so weil ich irgendwas da oder springen muss ich mich noch gewöhnen dass irgendwie sehr komisch ich wollte auch nicht lasst mich frei irgendwie von kürbien wie sonn wolle ja die kürbien 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 ja das ist ja nicht so viel schmerz dann kann man sich überhaupt noch rein wenn man irgendwie von jemanden so ich glaube nicht ich habe keine wollen ich muss mich umgucken ich habe mich so wollen 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 kaufen und da wollen wir da runter okay muss ausprobieren ja du musst dir alles alles ausschöpfen mal was ist das das ist hier gibt ein blieb man sagt man kann er hat ja irgendwie so gemacht ja also ich weiß nicht was ich davon halten soll ich weiß nicht was ich davon halten soll also geschenk 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 liebste auch geschenke geschenke wenn man keine geschenke soll wie sieht man die auswahl ach genau wenn sie doch gar nicht und was in derzeit wird gemacht ich habe keine ahnung was wir doch immer noch geworfen das ist ein problem wenn einer von uns hier wenn wir leider von uns keine wolle hat ich glaube das ist nicht so wenn wir nicht wenn man den anderen ist verlierst du automatisch eine ganze wolle wir haben alle wollen hier eigentlich eingesammelt ja kann man irgendwo nach da blumen aber vier ja wir brauchen noch ein und du brauchst auch noch fünf herzen und wir brauchen noch drei stempelmünzen da kann man da kann man da kann man auch treffen okay dann habe ich nichts mehr okay wir haben alle ständen müssen kann man sich in der blasen machen kann man nicht da haben wir keine wollen mehr das ist ziel blumen das spiel ich habe noch wir fehlen offen wir haben eine blume verpasst nein ja wir wissen was wir machen müssen das erste länder das erste länder dauert nicht lang aber ich mache also wir müssen jetzt hier wollen wir sammeln und drauf schießen ich vergesse dass ich mich bin auch au ja ich mache das geräusch das und so haben wir gemacht und so spielt ja und damit ein paar gewählen bekommen das ein trick anstecker mit denen du level überspringen kannst geil ist nur im entspannen muss verfügbar das das ist ja joshy joshy wurde wieder zusammen gehäkelt joshy pavillon wurde auf dem wald auf voll eröffnet also kann man jetzt halt also können wir jederzeit charakter wechseln also unseren joshie wechseln da ist ein scheiß geil was okay wenn man was was muss ich wechsel mit dem jetzt spiele ich mit ihm aber da wäre es noch bei dem roten rheinland der hüpf bäume 321 trick anstecker tauschen gewähnen gegen anstecker die joshis fähig hier verleihen ach so dann ist man okay dafür müssen wir dann die wehens sein oder ein gespieler und ich habe einige sachen habe ich ja auch mit trägen stecker gemacht weil ich einfach manchmal nichts gefunden habe das ist aber nur nebensichtlich haben wir alles abgeschlossen ja da wird er ganz nett noch geschlossen aber halt nichts eingesammelt das ist unser leben oder wenn wir keine herzen mehr haben und dann getroffen werden sind wir da und dann sterben wir und stimmen nein 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 liebe kinder joshis sterben nicht sie werden dann einfach nur haben wir dann einfach nur keine wolle mehr wolle ja ich bin ich du hast du auch warte mal welcher charakter ist nochmal von bambi glaube ich habe das stinkt hier oder so warum hier ein baum ist das stinkt blume das macht keinen sinn aber darüber noch mal kann man ja was ich bin oben wolle machen mehrmals klar aber also ich habe noch nie irgendwie ein joshiteil gespielt also also halb den letzten joshiteil die ich durchgespielt habe war dieses hier weil new island habe ich nie durchgespielt so weitergehen ja ich denke das wäre besser für alle beteiligten und dann endlich fliegen damit warten warte auf mir ich will runter schlucken und dann war im hr 2009 wenn ich so die ganze zeit irgendwie gesagt und irgendwie so zweideutige sachen von mir mein gesicht dein gesicht geschenk geschenke und auch nix dann auch links war dort schluck erst mal runter ich habe geschnuppt dann über die kitzleiterin noch nicht sind ja ja das geschnuppt also kann ich habe meine belle aufgänge also muss ich berühren berühre dich ich bin ich weiß noch nicht jetzt ist es alles meins meins ja nein da oben also das habe ich schon wieder keine monate die geschluckt habe wenn ich einfach genommen gemacht habe ich mache die schnumm auf mich zu machen ach so sie haben diese hat reich von sonic ich habe es nicht gehört wir sind wollte haben ja das wollte und sagen wir da macht er schon den stamm angeht so viel wolle ich mag ich mag das konzept dahinter gehe ich rein wir wollen also viel wolle ich muss das alles gewusst habe es gerochen ich habe es ja schnüffelt wie ein mann tauchen wie ein joshi was brauchen wir einen mann tauchen mama 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 wir sind schirme hat drücke um den schirm zu öffnen zu gleiten genau wie fliege es nach oben weil ich auch schlucken nein wenn ich nicht töten wir müssen hier die wählen sammeln jetzt geflüchtet bevor ich auf den raufen drehen konnte wir haben zeit damit klar wenn es ein limit deswegen deswegen mach schnell klappt 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 deswegen formale sterben auch ich was mich wie wir haben die wenige wenige wenn ich bin gerade gewählen geil er flüchtet bevor ich den abschließen kann vorsicht die feine runter aber das war ein glück gesagt die feine unter egal hast du mir gesehen nein ich habe hier unten hingeworfen dann da oben das ding getroffen weil leistung schluss unterziehen und dann geht der reistung schluss ich dazu obwohl ich nichts machen nein geschenk ich mag geschenke was meine wolle geklaut ich kann es wagen in welchen gibt es in diesem spiel 6 es müssten sechs welten sein wir haben schon lange eigentlich ja ich bin ich würde sagen die leute sind ganz schön jetzt blume ja ich nehme ich die getroffen habe habe ich gesehen das habe ich gesehen bin ich tot und ich glaube wir sterben erst wenn wir beide runterfallen ja ich würde ich glaube es ist eine stimmelgegner werken ich bin durch ziel gelaufen ich habe allein wenn du nicht ich glaube wir haben alles gefunden naja bonus spiel gucken wir auf unsere ergebnisse ich glaube bei den herzen das ist glaube ich ja nur so dass das einer es schaffen muss stehen stehen und stehen das heißt perfekt perfekt element perfekt das ist fantastisch gewesen was spielt mehr punkte weil du hast hat es im ersten spiel mehr jetzt müssen wir einen joshy wieder zusammen häkeln was einen neuen trick anstecke erhalten ja ja wenn wir alle fünf dinge haben ja sie ja an wald joshy wurde wieder zusammen gehäkelt ist eigentlich eine farbe du kannst ja gerne mit tauschen 25 minuten ich weiß ich soll mir noch ein level machen oder sagen wir aufhören machen wir machen wir noch eins dann werden wir aufs gehen noch eben 11 noch eben immer alles machen und die blumen holen schwamm schlacht alle wollen wenn groß andere sie ist nur dann ist cool welt 13 schwamm schlacht schwamm schlacht du spongebob ja hast du die hast du ihn gesehen kenten und kugeln man stelle ich stehe ich da noch mal drauf ich will ich mir nicht schieben ich kann jetzt war meister oben links hat nein halt dann schiebe er mich aus dem weg schiebe er geld also ich falle die ganze zeit darf man sagen sie bitte auf mich warten es ist ja nicht so dass in jedem video spielen hier die länder immer schwerer werden also lächerlich weil genau das ist ja was auch nicht alles kaputt machen muss ja noch nicht oder bin drauf springen oder ihnen noch eine volle abwerfen bevor sie bleiben können wir müssen jetzt bin ich komme nicht durch wenn wir müssen zurück wir brauchen neue wolle wollen 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 ich sehe doch schon wenn du irgendwann wieder arbeiten wirst aber sowas von auf springt soll gerade nach das wolle das ist wolle die ausgesehen der kapsel es hat einfach kapsel oder wollte kapsel aber wollen wollen kapsel in den voll kapseln trickshot was geschehen weiß der mit dem ja man darf springen ja kannst du überessen 20 feuer vorsichtig sind diese spuren daraus werden möchte gerne pflanzen vielleicht hast du dir schon in sowas meist als mit gesehen können die auch wieder 19 entwickeln sie sich zu einem ptp an hat tatsächlich auch habe ich ja wenn aber irgendwie 100 geister also glaube ich wir finden sie sagen also jetzt im abenteuerung sogar generell generell immer mit 100 oder 90 die fehler nur so wie 49 dann habe ich alle 1000 geile gestern ganze verzeichnet nicht alle 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 getroffen der beste röhren getroffen hat denken erstigen holen erstigen holen ich mag wolle max auch wolle ich liebe sie ich toleriere sie was soll ich vom wolle halten das ist rolle ist weich und flauschig sterbstofftiere erzählt hat auch das ist eigentlich auch wolle du hast keine eier also du hast keine wolle wie wird das was keine eier ich habe mario maria 209 ja 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 na ja ne wir brauchen wir wollen also heutzutage aus wir wollen wollen was machst du ja ich wäre so eine stadtverdacht machen dann kannst du kommt er ja ich wusste es da herzen hier im daumen gesaubert ich hätte mich was ist los ich sehe ich einfach nur so wie die wolle jetzt habe ich nichts mehr ich habe keine wolle mehr aber zurückgehen ja das ist ein bisschen stelle auf damit ich brauche man keine wolle für dich wir haben wir müssen die welt retten wir müssen die ich hab's gebrochen habe ich wieder was gebrochen auch da ist was gebrochen das wäre wenn diese mächtigen kanzler so gesehen das hast du das gesehen verdächtig da hier passen passen wollen halt da oben kameras action also ich habe das getroffen das ist das wirklich schon diese kugel ja die muss man ja rein schon genau dann wahrscheinlich und dann sagen sie werden euch ja nicht sonst jemand haben ja und dann kommt man da auch ein schuss ein schuss das wolle aber so wenn jemand so mit rückhand irgendwie schlägt ja ich wollte ich habe sich gerettet keine wolle kann es mir nicht immer auf geben durchwand getroffen darunter also sagen dass keine ahnung ich habe die wolle jetzt abgenommen und wir gehen immer zurück und ist neue wolle ich wollte wissen richtig ich kann sagen jetzt sie weg hier Oh cool Geh weg Halt Halt Ich hab keine Wolle Au Toot 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 Bevor wir ins Ziel gehen Weil wir haben eine Blume nicht Das ist wieder eine Blume Ah Das stimmt nicht hier Also wir können ganz zurück Nein Wir können nicht mehr zurück Nein Nein Ja Ja Was Du bist nicht durchs Ziel gelaufen Ich dachte, er wäre noch was Auf der rechten Seite Ich hab doch vorhin geguckt, da war doch gar nix Yes Wir haben es geschafft, weil ich habe 20 Und es fehlt eine Blume Verdammt Aber wir haben Wolle Wir haben alle Pillen, das reicht doch Das ist Wolle immer noch Oh, Spiel Nein Nein Wir haben keine Blumen bekommen Erst wenn man am Ende eine Blume bekommt, kommt ein Bonusspiel Ja Wir haben es geschafft Ich bin mal wieder ein Yoshi Ja Möchtest du auch einen Yoshi haben? Du hast sicherer Stempel auf Nähe gefunden Und erhältst dafür neue Stempel Ja Jetzt müssen wir nur noch Müsst du noch das Ding Ja Aktuell sein Ja Ey Das Blau Bonbon Yoshi Wurde wieder zusammen gehäkelt Good Geil Das Blau Aber auch für diese Folge Ja Oh, dass er Das nächste Level ist Ist sogar ein Zwischenboss Level Gut So, ich wechsle den Yoshi Juhu, jetzt bin ich blau Yeah Ich bin blauer Yoshi Ich will keine roter Yoshi mehr sein Ich will mal zu gehen Wir sind bald Yoshi Ich bin Bonbon Yoshi Ja Ich weiß nicht, ob man Wälder essen kann Aber ich glaube, mich kann man essen Da würde ich sagen Wir tun aufgehende Dinger nachholen Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Bis dann und ciao Bye bye bei Bye Bye Bye